Frau Panjan, Sie wollten in Rheinau mittels Crowdfunding das bedingungslose Grundeinkommen einführen, konnten aber bis zum Ablauf der Frist nur einen Bruchteil der benötigten 6 Millionen Franken sammeln. Wie gross ist die Enttäuschung? Natürlich wäre es schön gewesen, wenn jetzt eine riesen Crowd gesagt hätte, wir machen da mit, weil wir es gut finden. Daher natürlich schade, aber ich hoffe, es ist jetzt nicht das Ende vom Projekt. Woran sind Sie gescheitert? Ich glaube, es ist uns ein bisschen zu wenig gelungen, auf der Kommunikationsebene zu sagen, hey, das ist ein Versuch und deren Erlebnisse und Ergebnisse sind für uns alle relevant, weil es geht um die Zukunft von uns allen. Und ich finde, wir sollten uns Gedanken machen. Wie geht es jetzt weiter mit dem bedingungslosen Grundeinkommen in Rheinau? Wie es weitergeht, ist relativ einfach. Wir werden uns zusammensetzen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil ein Austausch, Dialog war und ist uns einfach wichtig. Und da wird sich so ein bisschen herauskristallisieren, wollen die Leute eigentlich weitermachen oder sagen sie, nee, nee, jetzt ist wirklich Ende. Solange das nicht stattgefunden hat, ist das Projekt auch nicht gestorben. Also es kann durchaus sein, dass eine zweite Finanzierungsrunde folgt. Kann sein, weiß ich aber noch nicht.